moin moin und hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem chicken deluxe burger von burger king der sie schon mal schmackowozimäßig aus wie ihr hier sehen könnt wir haben oder wir sehen dort ein leckeres bun mit leckeren zutaten obendrauf und mit leckeren chicken deluxe patty so aber aller erstens müssen wir mal wiegen den freund das heißt also waage geschnappt und draufgepappt wie viel gramm bringt uns denn dieser freund hier oh 267 gramm das ist doch schon mal was leckeres teil der proband freut sich diesen leckeren burger probieren zu dürfen was sagt bk dazu ein volltreffer für alle die knusperes chicken genauso lieben wie bk der chicken deluxe 100 prozent hühnchenbrust knusprig paniert mit frischen salat und tomaten sowie mit cremiger salat mayo klingt nach einem klassisch guten burger oder viel schnickschnack ich kann kaum reden weil mir das masse im mund verläuft aber jetzt kommen wir erst mal zu den brennwerten wenn ihr das ding euch gönnt dann sind 633 kilo kalorien fällig hui 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 das sind 2660 kilojoule davon 33,9 gramm fett und von diesen sind es gesättigte 5,8 gramm kohlenhydrate 52,2 gramm davon zucker 6,6 gramm oh das ding mundet euch wirklich super lecker dieses leckere knusprige hähnchen brust filet ist got like es schmeckt super lecker es hat richtig ein hähnchengeschmack die panade darum ist wirklich auch super lecker absolut spitzenklasse wird hier geliefert das ist ein super durchdachter und doch einfach gehaltener burger der einfach mit den guten zutaten spielt die tomaten schmeicheln der salat ist super die mayonaise schmeckt sehr gut in on top und da drunter und die panade hätte ein ein tick mehr pfeffer sein können aber das ist so bewerte ich diesen got like chicken deluxe burger mit 9 von 10 punkten und ich ziehe halt nur ein pünktchen ab weil ich finde ein bisschen mehr pfeffernote in die panade und schon wäre das ding ein 10er super lecker holt euch das mal das schmeckt got like ein super toller leckerer burger der euch das wasser im munde zerlaufen wird chicken deluxe müsst ihr probiert haben und der proband freut sich bis zum letzten bissen diesen leckeren burger verspeisen zu dürfen damit sagten wir vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal soon soon bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ein